Es ist ganz selten, man in dieser Kombination ein Stück zu spielen. Sogar Doppelkonzerte, das ist ein bisschen wie Kammermusik, aber dann auch mit Orchester muss man natürlich viel aufpassen auf viele, viele Musiker. Für diese Aufnahme war das ganz besonders, weil nicht nur die Zusammenarbeit mit Marc Buschka, wir spielen die zwei Mendelssohn-Sonaten und er ist auch ein neuer Partner. Wir haben uns kennengelernt durch die Orpheum Stiftung zum ersten Mal sogar zwei Jahre vorher und haben zum ersten Mal zusammen gespielt und irgendwie die Chemie hat gestimmt. Diese Musik ist immer noch heute unglaublich lebendig und wir haben so, so viel darüber gearbeitet, um diese Musik noch lebendiger zu machen. Diese Musik ist immer noch heute unglaublich lebendig und wir haben so, so viel darüber gearbeitet, um diese Musik noch lebendiger zu machen. Das ist so mit Kammermusik, also es kann einfach stimmen oder nicht. Und Marc hat eine ganz spontane Natur und hat Spaß mit dem Spiel und das ist auch ganz wichtig bei Mendelssohn. Und ja, mit Basler Kammerorchester, ich könnte wirklich keine bessere Kombination finden, also mit Dirigent Howard Griffiths, mit Marc Buschkoff und die Basler Kammerorchester. Das war nur, kann ich sagen, eine wahre Wohne. Das war nur. Ihr wisst hier hoffe ich nicht auf! Untertitelung des ZDF, 2020